Auf Discord? Was ist das für Tücher? Was? Oh mein Gott, ich hab eine E-Mail bekommen Ich schreib mit meinem Crush per E-Mail Ja Die ist 65 geworden Ja, ihr könnt gut Shisha rauchen So wie ihr hustet Ey guck mal, ich hab heute meinen neuen Analplug bekommen Ist geil Laber noch Ja, Will Danke, Bro Passt der denn? Wie ihr angegossen Ey, du bist übel stabil drauf, Bro Ehrlich Wollen wir jetzt rummachen, okay Was raucht ihr für den Kopf? Le Chiel, wonach schmeckt das? Zitrone, Frucht-Dings, Limette so Wodach schmeckt ihr? Herr Lieb, willst du mir eine Milch zutrauen? Ja, safe Was ist eigentlich eine Milch? Ich weiß gar nicht Was? Ich sprech das nicht aus War da grad ein Mädchen im Disco? Ja Und das ist immer noch die ganze Zeit schon ein Mädchen im Disco Ey, wie geht's dir? Hey Ich seh nichts noch nicht, aber Bruder, irre, Mann Alter Junge Ey, sei mal ruhig jetzt, ich unterhalte mich gerade Okay, mach doch, komm Wie alt bist du? 15 Ach, okay, wir machen weiter Ey Ey, warte, warte, warte Nein, du, ich bin auch so ein TikTok-Knecht wie du Echt? Ja, voll peinlich, TikTok zu haben, ne? Wie alt bist du? Äh, 19, du Als ob? Ja, dann mach ich mich ja nicht mehr strafbar Ja, wie alt bist du? Wollen wir TikTok-Partner werden? Wir machen so Kooperation Also wir posten nix, wir sind einfach zusammen Redet ihr nicht so über Mädchen, äh, Jungs? Doch Oh mein Gott, der sah heute so hübsch aus Oh mein Gott, hast du seinen kleinen P***s gesehen? Okay Dachte ich ja bei dir, aber Ich kann dich ja vom Gegenteil überzeugen Ey, es ist holiday Komm, ich bin 17, da hab ich dein 17 Ey, Dachgeschosswohnung ist echt, ey, krisen, ne? Hast du Arschwasser, sei ehrlich? Ein wenig, ja, schon, normal aber, ne? Ist ja voll ekelhaft, Junge, was bist du für ein ekelhafter? Tigran Hahaha Wie warst du wohl, Junge? Ey, ich kann ein Wort auf Spanisch Ich kann ein Satz auf Spanisch Vulo ve Couché a buecma Möchtest du mit mir schlafen? A buec, das ist a buec französisch Möchtest du mit mir schlafen, ey? Aber ihr habt noch nicht geantwortet Hahaha Sich mal nüchternen Anmarschproke raushauen Was sollen die Scheiße jetzt? Ja, ich werd direkt gemobbt Ey, nur weil ich in der Unterzahl bin Das erinnert mich an meine Schulzeit Da wurde ich immer gemobbt Von den Mädchen? Nein, der macht dich jetzt grad in die Opferin Nein, 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 nein Ich bin ein Opfer Ja Ich erinnere mich Ich erinnere mich auch Ja Aber schon länger her, es war ein Merz oder so Ich kann mich wirklich an dich erinnern Das freut mich Ja, weil du besonders hässlich warst Ey, ich hab manchmal ein paar Anfälle, wiss ich Alles gut Autismus nennt man das Hm Danke Okay Was machen wir grad für Lippen über? Keinem Warte, 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 warte Ich sag Wesen, weil ich will euch nicht als Menschen zuordnen, weil ihr seid überirdisch gut aussehen Es ging, es ging Das war jetzt nicht so Geht besser Du brauchst wieder ein neues auf Lager Jetzt mal auf mein Lager Woah Oh der war gut, der war gut Oh nein, der war gut Was steht auf deinem Anhänger? Steht da so Angel oder so? Nee, Jenny mein Name Du siehst aus wie so ein Johannes Warum lachst du? Du bist bei mir grade so ein Minecraft-Skin Cool Ja Ich mag deine viereckigen Brüste Lass es Du spielst keine Computerspiele Hallo doch Hallo Ja, hallo Redest du mit mir? Ja Liebe dich Ja, Fortnite Was? Hallo, red doch mit mir Ich musste sogar die erste Klasse wiederholen Die erste! Man kann bis zu Neugen nicht sitzen bleiben Wie ist denn das möglich? Ich weiß auch nicht Du weißt es nur noch nicht, aber du bist sehr intelligent Hör mal auf, das sagt mir jeder Wirklich Aber ich bin einfach faul Du, es ist wie die Gänse! Ess mal deinen Döner, verschluck dich mal nicht Können ja mal Valorant spielen Wir beide Naja, hab ich kein Bock drauf Ich hab's mir nochmal anders überlegt Warum hast du irgend so einen Haferschleim? Was ist das? Was hab ich? Ja, das ist dein erster Beitrag Sieht ja voll ekelhaft aus Hast du denn eine Schüssel gekackt? Zeig mal Zeig mal Was ist das? Zeig mal Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist... Das ist... Das ist Kuchen Das sieht ja voll ekelhaft aus Also wenn du so kochst, dann meinst ich auch nicht Ich glaub ich mag Protein-Pudding oder Kuchen Machen eins von beidem, weißt du so Man muss ja irgendwie Proteine zu sich nehmen Proteine? Sind wichtig Weißt du, was du auch viel Protein hat? Was denn? Ähm... Protein... Fuck! Ah ja, generell hat sie einen hohen Eiweiß gehalt Ja Ja Und du Eiweiß gewill Okay, das war jetzt zuviel Ist dein Freund neben dir? Ich bin ja, ich bin seine Freundin Oh Ja, okay Ja, dann hat sich das erledigt Ja, aber du... Mein Freund gibt dir die erlaubnis Du darfst... Du darfst auch andere Frauen machen Ja, mach ich aber nur mal hüpfen Ey, kurz, Frau Spielen eure Freunde Computerspiele? Nein Haben keinen Computer, mein Freund hat keinen Ja, daran hat's gelegen, denk ich mal An was denn? Weil er's tut Ey, wie habt ihr euch kennengelernt? Durch einen Livestream von einem Kollegen Einen Livestream? Auf Twitch oder was? Nein Auf Instagram? Nein, auf der anderen Seite Tiktok Nein Pornhub, ach du Scheiße, es geht in die Richtung Nein, er kam in meinen Stream reingekommen Bist du dumm? Nein, ich war nicht bei euch drin Und du kommst bei mir rein Stimmt, stimmt Dann hat sie mir eine Anfrage geschickt, aber ich hab's nicht angenommen Dann hat sie meinen Kollegen eine Anfrage geschickt, er hat sie angenommen Und dann ist sie immer bei uns reingekommen und ist mir immer auf uns reingekommen Und irgendwann hast du dann nachgelassen? Ja Wir machen so von Anfang nix zu wissen, okay? Okay Okay Du machst alles weg, okay? Ja Oh mein Gott, nein, nein, nein Okay, das war zu dumm, warte nochmal Warte, warte, warte Wie soll ich machen? Ey, ich schneid gar nix raus, ich pack das jetzt genau so rein Weißt du, was man für 20 Euro bekommt? Was? Isst du öfter Pizza? Warum? Weil ich so fett bin? Das ist Body Shaming, das finde ich jetzt frech, Johannes Johannes Ich esse eigentlich selten Pizza Wann habe ich das letzte Mal Pizza gegessen? Gestern Gestern Ich mag deine Uhr mit dem blauen Ziffernblatt Wolltest du eine Uhr grad treffen, das war echt peinlich Weißt du, als ich mit TikTok angefangen habe, habe ich mir eins geschworen Ich werde nie so Roadplay machen Ich habe nichts gegen Roadplay, also meinetwegen können wir auch ein bisschen Roadplay machen Hast du GTA 5? Nein, nein, so im Bett Hast du GTA 6? Okay, wird einfach ignoriert Magst du Fake-Taxi? Was ist das? Als es hieß Taxi und lebt das nix drin Nein, 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 nein Da trifft man sich und tauscht seine Pokémon-Karten aus Esst ihr einen Döner? Ja Alter, ich mag es auch richtig geil, wenn einer so richtig geil Knoblauch gegessen hat Dann kommt es auch in der Shisha so durch, wisst ihr Dann schmeckt der Shisha-Kopf noch so ein bisschen nach Zwiebeln Ja, das ist geil Aber eure weiche Schale würde ich gern schälen Wann hast du das letzte Mal gestreamt? Gestern Fortnite Ja, ich mach nur Fortnite Echt jetzt? Ja Weißt du, du ziehst mich in Fortnite? So eins gegen eins Jaja Der Verlierer ist dann der Taxifahrer oder was? Ah, Spaß, Spaß Okay Ich hab Bock gleich auf irgendwas richtig ungesundes Dass man sich reinschiebt und sich danach richtig kacke fühlt Ich bin ungesund, aber er würde ja was in dir reinschieben Ja, stimmt Ja, stimmt Warum zeigt er eigentlich so viel Eigeninitiative? Was heißt das? Oh, Fury Das ist immer Ich trage nur ein T-Shirt und dusche mich nicht Nein, war Mist Ich hab zwei Das Ding ist, duschen ist voll langweilig so, keine Ahnung Ja, alleine zumindest Du, du, du streamst nur Fortnite, nichts anderes Ja, so 90% Vorteil, 10% anderes Aber ohne Facecam, ne? Echt? Wie langweilig, wieso? Keine Ahnung Hast du keine oder? Kein Bock drauf? Ich hab doch was süßes Ich hab doch was Äh, was? Okay, das war gerade los Lol Ich weiß, wo der schon mal war, ja? Was? Das sind diese anderen Pinken da Das sind die anderen Pinken da? Was hast du mit denen gemacht? Ich hab's ja noch sauber gemacht Was? Was? Hallo? Hallo? Willst du mit einer anderen Frau? Ja, du? Ja Ich streame heute wieder ab 15.30 Uhr, also schaut gerne vorbei